Hallo, mein Name ist Alberto Terust, ich bin der Autor der Universal Voice Guide. Heute möchte ich gerne etwas erzählen über das Entstehen von meinem Universal Voice System. Die Sprache, die man nützt während des Unterrichts von Stimme oder Gesang, ist immer sehr oft metaphorisch reich, sehr reichsprachig. Und das ist eine schöne Sprache, aber es lässt auch viel Raum an Interpretation, wie man genau klingen soll, was die Ziele sind. Wenn jemand zum Beispiel dir fragt, dass dein Klang mehr wie Sprudelwasser im Kopf resonieren soll, dann hast du viele Möglichkeiten, wie deine Stimme klingen darf. Aber wer weiß, was der Richtige ist oder wer weiß, was der Lehrer oder Pädagoge meinte. Also während meiner vielen Jahren als Professor an der Musikhochschule in Rotterdam, habe ich immer gemerkt, dass die Studenten eine einfachere Sprache viel besser verstehen. Also wie wir dann auch klingen können oder sollen. Darauf habe ich eine universelle Sprache gesucht, die in der ganzen Welt ungefähr das Gleiche ist. Die Sprache ist die Basis meines Universal Voice System. Das System besteht aus acht Klangmerkmale, vier Säulen und vier Stimmcharaktere und es sind Speech, Belting, Whisper und Classical. Und dazu gibt es noch Rock-Effekte. Alles passiert auf den vier gängigsten Kommunikationsarten Sprechen, Rufen, Flüsten und Singen. Alles, was unsere Stimme fortbringt, ist zurückzubringen auf Klangmerkmale. Meine Stimme, die ich jetzt nütze, hat verschiedene Klangmerkmale und im Total gibt es acht Klangmerkmale für die Stimme, die den Stimmcharakter beeinflussen. Zuerst, Schwingungen. Die Schwingungen des Klangs können unregelmaßig rauschen oder gerauscht oder regelmaßig ein Ton sein oder regelmaßig und unregelmäßig zugleich. Der zweite ist Tonhöhe, die Höhe des Klangs. Ein Klang kann tiefer oder hoch sein. Der dritte ist Behauchtheit, das Maß an Luft, das im Klang hörbar ist. Ein Klang kann klar oder behaucht sein. Der vierte ist Lautstärke, das Maß der Lautstärke des Klangs. Ein Klang kann leise oder laut sein. Der fünfte ist Pressen, das Maß, in dem der Klang gepresst ist. Ein Klang kann frei oder gepresst klingen. Der sechste ist Vibrato, also das Maß der Schwankungen in Lautstärke und Tonhöhe. Ein Klang kann gerade, also ohne Vibrato oder mit Vibrato klingen. Der siebte ist Klangfarbe, das Maß an Dunkelheit und Helligkeit. Ein Klang kann neutral, dunkel und hell sein. Und das achste ist Nasalität, das Maß, in dem der Klang nasal ist. Ein Klang kann oral, nasaliert oder nasal sein. Dein Stimmklang besteht aus einer Kombination dieser acht Klangmerkmale. Und diese erkennst du sofort, wenn du sie hörst und kannst sie ganz nach Geschmack und Musikstil anpassen. Die Intensität der einzelnen Klangmerkmale bestimmt den Stimmcharakter. Und mehr über Klangmerkmale kannst du sehen in meinem Video über Kapitel 2, die Klangmerkmale. Die vier Säulen, das zweite Teil meines Systemes, ist dein System. Jeder Stimmklang wird durch dein Instrument, dein System, dein Körper erzeugt. Durch die Haltung, die Atmung, die Stimmlippen und den Klangraum. Diese vier Elemente nennen wir die vier Säulen des Universal Voice System. Als erste die Haltung. Es gibt drei verschiedene Körperhaltungen, die den jeweiligen Stimmcharakter und die dazugehörigen Klangmerkmale fördern. Die neutrale Haltung stehe also, wie du normalerweise stehst und wartest auf einen Bus. Die Rufhaltung stehe, als würdest du über eine Menschenmenge hinweg rufen. Diese Haltung vereinfacht das Belting. Und die klassische Haltung, stehe aufrecht, mach dich etwas größer und neige den Blick etwas nach unten. Also, oder stehe wie ein Turner oder wie ein Soldat. Das klassische Singen wird damit einfacher. Dann haben wir noch wieder die Atmung. Um deine Stimmlippen in Schwingung zu bringen, benötigst du Atemluft, Atemstrom. Der Atem wird also unterteilt in den Atemstrom und den Atemdruck. Atemstrom ist die Menge an Luft, die durch deine Stimmlippen nach außen strömt. Und Atemdruck ist die Menge an Druck, der sich unterhalb deiner Stimmlippen aufbaut. Bevor sie sich öffnen und schließen und die Luft passieren lassen. Wir unterstützen Atemstrom und Atemdruck mit unseren Bauchbewegungen oder unseren Flankenbewegungen. Der dritte Säule sind die Stimmlippen. Die Stimmlippen sind deine Klangquelle. Sie vibrieren und machen deinen Klang. Die Stimmlippen können Länge und Kürze, Dicke und Dünne, offen oder geschlossen, frei oder gedrückt vibrieren. Zum Beispiel, die Stimmlippen Länge macht den Tonhöhe. Die Stimmlippen Dicke, die Lautheit. Die Öffnung, die Maßanbehauchtheit. Die Taschenfalten, den Maß an Gedrücktheit. Die Zusammenarbeit von diesen Elementen macht die Modus. Modus 1 steht für die kurze, dicke Stimmlippen, auch Bruststimme genannt. Modus 2 steht für gedehnte, dünne Stimmlippen, auch Kopfstimme genannt. Wenn wir diesen Klang haben, muss er noch so einen Klangraum. Der Klangraum bestimmt nachher nämlich die Klangfarbe. Er reicht von den Stimmlippen bis zu den Lippen. Und wird auch Ansatzrohr oder Fokaltrakt genannt. Und hat verschiedene Teile. Wenn du diesen Raum, Klangraum, vergrößerst, wird der Klang dunkler. Und wenn du ihn verkleinest, heller. Und du kannst verschiedene Teile vergrößern und verkleinen, damit du dunkel und hell gleichzeitig klingen kannst. Die vier Säulen arbeiten immer zusammen, wenn sie die Klangmerkmale deiner Stimme formen. In meinem Video über Kapitel 3, die vier Säulen, erfährst du mehr spezifische Informationen darüber. Das letzte Teil des Systems sind die Stimmcharaktere. Die Kombination der Klangmerkmale verleiht der Stimme etwas Charakteristiques, dem Stimmcharakter. Im Universal Voice System arbeiten wir mit vier Stimmcharakteren, die auf Sprechen, Rufen, Flüstern und Singen basieren. Speech ist Sprechen, Belting ist Rufen, Whisper ist Flüstern, Classical ist Singen. Diese Stimmcharaktere sind universell verständlich, da alle Menschen, egal welche Sprache sie nützen, sprechen, rufen, flüstern und singen. Die Stimmcharaktere unterscheiden sich klanglich hauptsächlich dadurch voneinander, dass die Stimmlippen auf unterschiedliche Weise schwingen. Die Stimmcharaktere werden trainiert in einer Basisform und dann später kann man Variationen oder Mischformen machen. Wenn du den Basisklang entwickelst oder verbessert, wird deine Art von Speezingen zum Beispiel einfacher. Danach kannst du die möglichen Variationen und Mischformen auch lernen. Aber es ist besser zuerst den Basisklang zu entwickeln, damit du darauf bauen kannst und zurückgreifen kannst. Wenn du in einem Basischarakter nur ein Klangmerkmal anpasst, dann spricht man von einer Variation. Also Speech mit Vibrato ist eine Variation. Passt du mehrere Klangmerkmale an, entsteht eine sogenannte Mischform. Bei der Interpretation eines Songs benutzen wir immer Variationen und Mischungen aller Stimmcharaktere. Beginnst du zum Beispiel in einem Speech und erhöhst das Level der Klangmerkmale Lautstärke und Helligkeit, entwickelt sich der Klang in Richtung Belting. Speech Belting. Beginnst du in Whisper und fügst etwas Vibrato und Klarheit hinzu, entwickelt sich der Klang in Richtung Classical Whisper. Je mehr Klangmerkmale du anpasst, desto mehr verändert sich der Klang in Richtung eines anderen Stimmcharakters. Sobald du die Klangmerkmale nach deinen eigenen Vorlieben variierst, wird dein Gesang noch interessanter, lebendiger und spannender. Das Universal Voice System ist 8 Klangmerkmale, 4 Säulen und 4 Stimmcharaktere mit Rock-Effekten. Das ist alles. Ich hoffe, dass mein Universal Voice System, dein Singen und Sprechen, viel Klarheit, Verbesserung und Spaß bringt. Danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und freue mich auf ein nächstes Mal.